So, da trudeln langsam alle ein. Herzlich willkommen zum heutigen wundersamen Abend. Wir werden heute über Parzenberg entscheiden. Es wurde ein Antrag gestellt, den Namen zu ändern. Das werden wir machen. Blauberg hier drüben. Hier diese kleine Mini-Gemeinde. Die wird gelöscht. Die gibt es eigentlich gar nicht. Auch hier oben, das ist noch ein gemeindetes Gebiet von Blauberg. Auch das müssen wir mal löschen. Dieses Stadtgebiet existiert auch nicht. Es werden einige Gebäude zu weit von anderen Städten entfernt sein. Ach so. Aber das ist doch gar nicht so weit weg. Gehört das nicht mehr zu Blauberg? Warte mal kurz. Wenn ich das jetzt doch lösche... Kann ich Blauberg verschieben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es geht nicht. Oh nein. Okay, warte. Blauberg. Nord. So. Da haben wir das auch gelöst. Elendes Problem. So. Vielleicht, wenn wir Blauberger weiter nach oben werden, aber das ist eng. Ich habe mir schon tatsächlich eine wahnsinnig interessante Idee überlegt. Allerdings ist die A super teuer und B wäre sie tatsächlich unfassbar episch. Und zwar, wir produzieren ja hier oben unfassbare Mengen an Kohle. Diese unfassbaren Mengen gehen hier auch rein, aber werden halt doch zurückgespeichert. Vor allen Dingen, wenn hier oben die tapferen Zwerglein, ja, von Blauberg in den Minen schuften, dann entsteht hier ein Überdruck auf dem Kessel. Man sieht es jetzt, ja. Der Speicher wird regelmäßig gefüllt werden. Wir könnten natürlich jetzt auch einfach versuchen, das mit Förderbändern ins Tal zu leiten, zum Punkt hier unten. Und dann müssten wir hier vielleicht eine neue Zuglinie aufbauen, die wir auch hier drauf schieben. Also quasi so hier rüberwärts gehen. Und hier den Zug, eventuell, müssten wir uns dann überlegen, ob wir das mal erweitern. Aber ich bin da ehrlich noch nicht so weit, dass ich das mir zutrauen wollen würde. Wir haben hier die Möglichkeit, eben Bretter anzuliefern. Das tun wir ja bereits. Vielleicht könnten wir auch hier mit einer Förderbahnstrecke dann arbeiten. Aber das wären solche Ideen, die ich noch hätte. Mit einem großen Freilager, wo Kohle gelagert werden würde. Dann könnten wir die Kohle in extra große, also den könnten wir unseren Zug erweitern und würden noch mehr mit einer Touge machen. Aber das ist halt so eine Überlegung, die ich jetzt hätte. Wir haben aktuell 85.000 Rubel. Damit ließe sich doch eigentlich was anfangen. Was macht unsere Statistik? Wir haben dieses Jahr super viel ausgegeben. Das liegt aber hauptsächlich an Fahrzeugen. Okay, alles klar. Dann wird unsere Bilanz, schaut aktuell sogar positiv aus. 1. März. Wir werden sehen. Buche hier einen wunderhübschen guten Abend. Mein Essen steht jetzt auf dem Tisch. Ey, Paddy. Das ist auch hervorragend. Lass es dir schmecken. Ich hoffe, es gibt was Feines. Und lehn dich zurück. Genieß einfach diese wunderbaren Eindrücke, die du hier erleben darfst. Blauberg am Horizont. Parzenberg hier mitten im Zentrum. Es ist wunderschön hier. Leider gibt es, wir haben strenge Reglementierungen, was Touristen angeht. Das heißt, keiner darf diesen Glanz und Gloria derzeit noch besuchen. Das wird sich ändern. Eines Tages wird sich das auch ändern. Statt Förderbänden wäre vielleicht eine Seilbahn sinnvoller. Ist ressourcensparender. Möglicherweise auch das. Aber wie gesagt, das ist nur ein sehr weit entferntes Teil. Wir möchten ja mit dem Geld, was wir haben, aktuell rumkommen. Wir müssen auch immer dran denken, es wird auch noch ein Kredit abgezahlt. Auch der ist eines Tages fällig. Da sind erst 17.000 weg. Und das ist natürlich ordentlich. Wir könnten natürlich auch anfangen, Gelder hier zurückzuzahlen. Sehe ich aber tatsächlich erst, wenn wir auch wirklich mal ein bisschen Rubels hier in den Kasten holen. Wir werden jetzt heute auch diese LKWs langsam zurückschicken. Da sind aktuell ja doch der ein oder andere Export ist ja am Laufen. Hier unten vor allen Dingen. Diese Fahrzeuge werden wir zu Teilen zumindest jetzt ins Depot zurückholen. Beziehungsweise vielleicht sogar gleich verteilen. Ey, Parzibert! Dankeschön für zwei Jahre, Mann! Vielen lieben Dank dir! Der Bürgermeister von Parziberg ist auch da. Daher kann ich über den heutigen Antrag gleich mit abstimmen. Fällt mir gerade so auf. So, warte mal. Hier ist noch was. Hier ist noch was. So, dann schicken wir einen von den LKWs gleich mal da rein. Einen von... Jawohl, schicken wir gleich zwei rein. So, der hier dürfte hier erstmal warten. Und der hier dürfte auch da erstmal warten. Dann sind da nur noch zwei drauf. Das passt mir ganz gut. Hochlebe, Parzi, Vostok! Oh, da kommt der Zug gerade. Da kommt der Zug. Jetzt können wir mal gleich gucken, was hier abgeht. Ah, hier wird aufgeladen. Sehr gut. Schau mal hin. Die ersten 1000 Rubel sind schon drin. Sehr, sehr fein. Ah, hier wird gut reingeladen in den Zug. 4000 Rubel. Fünf. Ah, schon fast sieben. Ja, wunderhübsch. Also erstmal, meine Damen und Herren, liebe Genossen, liebe Genossen, der Bürgermeister von Parzenberg ist da und natürlich von Blauberg. An dieser Stelle möchte ich sagen, einen wunderschönen guten Abend euch beiden. Ja, wir werden heute ein wirklich drängendes Problem unserer Zeit angehen. Wir müssen es angehen. Und mit den Einnahmen, die ich jetzt hier sehen kann, muss ich sagen, das könnte was werden. Ich muss bloß eine Kleinigkeit gerade auch noch anschauen. Hier ist doch noch wahnsinnig viel Essen drin. Ah, die Menge wird begrenzt. Daran liegt das. Okay, alles klar. So, hier wird auch noch mal ordentlich Fleisch aufgeladen. Bretter noch nicht mal so, doch ein bisschen, aber sehr langsam. Bretter haben wir im Übrigen sehr viele. Hier wird Warte bis beladen. 18.000 Rubel liegen bereits in dem wunderhübschen Gerät. 20.000. Jetzt werden nur noch Bretter aufgeladen. Das verzögert gerade ein bisschen. Okay. Matze Abend, Wunderhübschen. Hallöchen. Das Zentral-Komitee ist vollständig. Sehr gut. Freunde, hier wird 20.000 Rubel bereits im Zug drin. Ich würde sagen, das ist ein hervorragendes Zeichen. Meine lieben Panzermaus. Hallöchen. Dürfte ich auch irgendwann mal Bürgermeister einer Stadt sein? Vielleicht hast du das Glück. Ja, möglicherweise. Wir werden noch die ein oder andere Stadt gründen. Ja. Und dann wird natürlich per Volksentscheid, ja, wird der Bürgermeister hier gewählt. Der dann auch seine Stadt dann benennen darf. Äh, Matze. Glauben Sie in Richtungen? Ja, pass auf. Die da meinst du? Geht aber nur mit Mod. Wenn du einen Mod hast, kannst du hier zum Beispiel, warte mal kurz, wo haben wir sie? Kirchen. Kannst du hier sogar eine Kathedrale bauen, wenn du das möchtest. Muss aber nicht, ne? Aber das geht. Und das wird auch besucht. Geht nicht hundertprozentig, aber soll die meisten Probleme schon beseitigen. Ja, ist einer der ersten Mods, die ich mir geholt habe, weil das echt nervig ist. Dass du es nicht bauen kannst, aber alle danach schreien. Und zwar immer. So, 20.000. Das Speicher hier, der Speicher hier wird ordentlich geleert. Aber das ist gut, ne? Kann wieder nachrutschen. Hier ist auch mittlerweile das Grün gewachsen. Ja, da haben die Genossen jetzt ordentlich was zu tun. Ich finde das großartig. Vor allem, dass da nicht so viele da sind. Gut. Zwei Dinge möchte ich ganz gerne wissen. Und zwar Nummer 1. Ich würde gerne wissen, diese Gebäude hier. Ziegelwohnungen. Hier. Der Plattenbau hier. Das ist ein ganz kleiner Plattenbau. Aber der ist gar nicht mal so schlecht, ne? 48 Arbeiter finden hier Platz. Und der braucht Asphalt, Beton, Kies, ein bisschen Platte. Kein Problem. Stahl brauchen die alle, oder? Auch die kleineren. Ja. Aber nicht ganz so viel. Huch. Nein, Moment. Das wollte ich gar nicht. Haben wir da noch mehr? Ja. Gut. Die mittleren Wohnungen, da passen schon deutlich mehr. Also hier in dem Plattenbau passen dann auch schon 97 Arbeiter rein. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Haben eine gute Qualität auch von den Wohnungen. 91 Prozent. Das ist sehr, sehr gut. Wird nur getopft von den großen Plattenbauten. Da wohnen natürlich extrem viele Arbeitskräfte reingehen. Ja, es ist nicht schlecht. Gut. Okay. Ähm. Ja. Da wir Stahl nicht produzieren, würde ich Stahl demnächst irgendwann einkaufen, wenn wir ihn benötigen. Das wird noch teuer werden. Ah. Mal gucken. War die Kathedrale etwa Notre Dame? Nein. Nein. Micha, einen wunderschönen guten Abend. Das wurde, quasi, die ersten zwei Gemeinden wurden demokratisch quasi vom Zentralkomitee, also momentan mir, festgelegt. Ja. Das wurde so, es wurde so entschieden. Ja. Und alle weiteren werden natürlich vom, ähm, vom, ich sag jetzt mal Volkskongress gewählt. Ja, das finde ich gut so. Jetzt gucken wir mal gerade, ein bisschen Asphalt. Gut, also das Ziel sollte sein, möglichst unsere Aufgaben, unsere, wie soll ich sagen, unsere Hausaufgaben zu machen von diesem Gebäude. Das bedeutet, als nächstes Asphalt und Beton erstmal noch hinzuzufügen. Vielleicht sogar noch Ziegelsteine, eventuell Fertigbaupaneele. Das wäre so mein Traum, dass wir das hinbekommen würden, vielleicht hier oben eben, äh, in Parzenberg Nord hier, ein kleines, ähm, ein kleines Gebiet aufzubauen. Da müsste man allerdings sehr viel planieren. Das müssen wir mal schauen, ob wir das machen können. Vorläufig würde ich ganz gerne mal kurz die Kosten anschauen, was so ein mittleres Residential-Gebäude hier kostet, wenn wir es mit Rubel bauen würden. In dem Fall 10.000 Rubel. Also, ich bin versucht tatsächlich, ich bin versucht, hier so einen etwas, so diesen 100er-Block, ja, in unsere Stadt zu integrieren. Hat mehrerlei Gründe. Wir haben zum einen einen massiven Wohnungsmangel, also wir sind wohnungstechnisch, sagen wir mal, am Limit. Ja, und bräuchten unbedingt neue, universitätsgebildete Personen. Sind die Mods, die du installiert hast aus dem Workshop? Absolut, ja. Weißt du zufällig, ob der Entwickler es irgendwann, äh, baubar, implantieren wird? Weiß ich nicht, Matze. Weiß ich tatsächlich nicht. Aber die Roadmap bis zum Ende des Jahres steht auf jeden Fall schon. Es wird auch Metro-Stationen und solche Geschichten geben, also sehr, sehr nice. Ach, Partsy weiß halt, was gut ist. Ja, der gute Uranabbau. So, was aber wichtig ist, und zwar das Wichtigste überhaupt, ist, Moment, wo haben wir es? Das sehen wir, glaube ich, nur im Bevölkerungstab selber. Das ist das größte Problem, was wir haben. Es sind 203 Erwachsene, die nichts tun können, weil sie keine Wohnung finden. Das bedeutet, wir sollten auf jeden Fall gucken, ein Gebäude in Parzenberg zu bauen und eins in Blauberg zur Erweiterung der Bevölkerung. Blöd an der ganzen Geschichte ist nur eins. Wir gehen jetzt aus dem Winter raus. Wir müssen allerdings ein weiteres Heizkraftwerk errichten, sonst wird es nicht reichen. Das bedeutet, wir werden vielleicht hier drüben ein Heizkraftwerk erst bauen müssen. Beziehungsweise, ich vermute mal, eher nicht mal ein Heizkraftwerk, sondern, ähm, ich denke, die Produktion sollte reichen. Das ist ein Gigajoule. Das Blöde an der Sache ist, man sieht das halt so gar nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, wie viel da noch rauskommen könnte. Wann es dann halt nicht mehr reicht, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Oh, warte mal, der heizt ja auch ordentlich von alleine nochmal. Okay. Okay. Ey, Micha, das Wasserkraftwerk haben wir auch drin. Wir sind bloß, ich glaube, zu weit von jedem Fluss gerade weg, um das bauen zu können. Eines Tages wird sich das ändern. Okay, pass auf, wir machen hier mal einen, ähm, Wärmetauscher rein. Ich hoffe, das reicht von der Distanz her. Hier ungefähr. Direkt neben dem Fußballplatz. Das ist aber super nah an dem anderen Ding dran. Vielleicht, oh, warte mal, das geht ja auch ewig weit. Guck dir mal das an. Und dann bauen wir es hier rüben hin. So, das wird gebaut mit Rubeln. Das geht auch relativ schnell. Die Straßen lassen wir jetzt mal, ähm, vor allem die, die wir nicht so dringend brauchen, lassen wir jetzt mal ein bisschen anders machen. Die sollen, soll unsere Bevölkerung quasi selbstständig erzeugen. Oh, jetzt kriege ich das nicht mehr hin, oder was? Unangenehm. So, kriege ich das jetzt so hin? Nee, das wollte ich nicht. Das war nicht der Plan. So, nochmal. Kriege ich das vielleicht so hin? Okay. Manfred, auch dir einen wunderhübschen guten Abend. Hallöchen. Mach mal das so. Das ist okay für mich. So, das darf so gebaut werden. Was wir nicht so bauen können, ist natürlich die Heizleistung. Strömung ist 100 Kubikmeter pro Stunde. 300 hier, aber die 100 sollten reichen. Schauen wir mal, ob wir das hier vorbei bekommen. Dankeschön, Lukas. Für dein Follow herzlich willkommen hier im Stream. So. Wir bauen das hier so durch. Natürlich, eigentlich wäre das super billig. Oh nein, jetzt ist das hier oben drüber, oder was? Oh no. So, probieren wir das mal so. Das kostet natürlich jetzt wahnsinnig Geld. Aber wir sind immer noch im Plus, soweit ich das sehen kann. Tatsächlich. Es ist unglaublich. So, jetzt ist die Gesamtheizkapazität auf der Seite schon gefallen. Jetzt haben wir ja 80% drauf und hier ist immer noch 95. Da müssen wir mal gucken, ob der hier, der kann aber auch eigentlich entlasten, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ob die sich neu anschließen. Weiß ich nicht. So. So. Luca. Alleechen. Jetzt gucken wir mal. Meine Lieben. Blauberg ist nicht so anstrengend. Wir haben noch Platz für weitere Wohnungen. Das ist richtig. Blauberg wird auch Wohnungen bekommen. Ich meine, sind wir ehrlich, Blauberg braucht das auch. Wenn nicht Blauberg, wer dann? Ja. 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 Erst mal momentan zumindest als unsere glorreiche Hauptstadt, die sie ja mal werden wollte. Erst mal zumindest den leichten Vorzug hier. Wir werden sehen, ob das noch irgendwann anders sein wird. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. So. Hier bauen wir jetzt noch ein Gebäude hin. Das sollte auch eigentlich funktionieren. Lass mal ganz kurz gucken. Yes. Okay. Das kriegen wir schön hin. Okay. Im Blauberg gibt es ein bisschen Loyalitätsprobleme. Blauberg. Was ist da los bei euch? So. Wir bauen das da hin. Damit haben wir schon mal deutlich mehr Einwohner. Jetzt habe ich aber, glaube ich, Einwohner zugekauft. Kann das sein? Das war nicht der Plan. Ich weiß es nicht, ob die jetzt zugekauft werden. Ah ja. Hier. No, 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 no. Wir wollen eben keine. Wir wollen eigentlich eine Umsiedlung machen. Wir wollen keine einkaufen, sondern wir wollen... Umsiedeln. Das hätten wir eigentlich wählen müssen. Das haben wir jetzt aber nicht getan. Das bedeutet, wir werden hier auf jeden Fall noch gucken, dass wir ein weiteres Gebäude bauen. Das Ding an der Sache ist halt das. Wir werden den Bau hier noch nicht starten. Der Bau ist noch in Ordnung. Der wird vom Konstruktionsbüro erledigt werden. Das bedeutet, der Bau... Das ist so in Ordnung, so wie wenn wir es jetzt einfach mal so lassen. Okay? So. Oh, das haben wir... Wie gesagt, das mit den Städten, das lösen wir ganz einfach. Ja, das wird dann aus dem Chat entschieden, wenn es soweit ist. Momentan haben wir aber noch keine Stadt. Wir sind noch ein bisschen davon entfernt, weil wir mit den beiden Städten auch jetzt am Anfang erstmal zurechtkommen müssen. Und vor allen Dingen dann natürlich erstmal einen Aufbau machen müssen. So. Aber ihr könnt natürlich gerne eure Anträge, ja... Ihr könnt eure Anträge auch selbstverständlich jederzeit gerne an die bestehenden Bürgermeister weiterleiten. Unter anderem an Parzibert und an Code Blue, die jeweils ihre Stadt natürlich versuchen, beim Zentralkomitee, also bei mir, ja, zu vertreten. Es kann sein, unter Umständen, unter Umständen, dass dann auch ein Antrag entsprechend durchgeht. Ihr müsst euch natürlich im Chat entscheiden, ob ihr zur wunderschönen Stadt Parzenberg gehören wollt. Oder ob ihr natürlich zur sehr, sehr wunderschönen Stadt Blauberg gehören wollt. Die ja mittlerweile den zweiten Ortsteil gegründet hat, nämlich Blauberg Nord. Ja, das ist sehr schön. Also muss man auch sagen, auf dem Ausmaß... Wobei, hier haben wir tatsächlich auch eine Ortschaft. Aha. Wir haben hier Parzenberg West. West. So. Nein! Parzenberg Wies. Parzenb-West. Blauberg riecht nach Pups. Oh, oh, jetzt geht's rund. Oh, da sind die Blauberger, sind da, sind da. Ja, die Blauberger sind, ähm, wie soll ich sagen, sie lieben ihre Stadt. Selbstverständlich lieben sie ihre Stadt. Wer würde es auch nicht tun? Code Blue, der bessere Bürgermeister. Okay. Gut, meine Lieben. In dem Fall hätten wir das auch geklärt. Ähm. Hier wird auch bereits gebaggert. Die ersten... Der Bagger ist schon bereits da. Wie war der Tag eigentlich? Angelique, weil mein Tag war eigentlich heute ziemlich gut. Kann man sagen. Ich kann mich nicht beschweren. Ohne Blauberg wäre die Luftzauberer. Ich sehe schon, hier sind... Hier sind viele Einwohner Parzenbergs anwesend. Ja. Ich ziehe in keine der Städte. Ja, dann kannst du aber auch nicht Bürgermeister werden, wenn du hier nicht wohnst. Ohne Blauberg wäre das Licht aus. Mirkt das ein vernünftiges Argument, ja? Okay, Niklas, wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Wie sind diese Parzenberg-Ultras? Sehr schön. Ah, herrlich. Ich mag das. Ich bleibe dem Parti immer treu. Gut. Hier haben sich ja schon erste Fronten gebildet. Das ist interessant. Aber ich wohne gerade in Parzenberg. Aber wenn eine ganz neue Stadt entsteht, dann ziehe ich dort um. Okay. Auch gut. Ich fände das natürlich noch interessant, wenn hier Namen random aus dem Chat stehen würden. Du kannst ja die Bevölkerung auch auswählen. Also du kannst dir ja irgendeinen anklicken. Ja. Du kannst gucken, wo der gerade rumeiert. Hier im Bus zum Beispiel gerade. Ah, er ist auf dem Weg zur Arbeit. Mit dem Aktenkoffer. Wo will er denn da hin? In die Viehzuchtanlage. Sehr gut. Das ist gut so. Gucken wir mal gerade. Maximilian, willkommen zurück. Was essen? Ich hoffe, es hat geschmeckt. Wir haben die Planungen für eine Wohnraumerweiterung in Parzenberg abgeschlossen. Jetzt geht es natürlich weiter. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Aber in Blauberg muss auch mal ein bisschen was rein. Da sind nämlich die Wohnungen brechend voll. Ja. Und wir wissen alle, die Menschen in Blauberg, die sehnen sich einfach nach mehr Wohnraum hier. Und die haben es auch verdient, Wohnraum hier zu kriegen. Wir müssen bloß gucken. Dieser Straßenabschnitt ist Unsinn. Das ist natürlich die Frage. Kümmert sich das Parzenberger Bauamt um den Aufbau Blaubergs? Das wäre natürlich nochmal nice to know. Nicht ganz. In Teilen ja. Wenn, dann müssten wir es ihnen aber zuweisen. Okay, das können wir ja machen. Dann ist das halt nur eine Wegfrage. Gut, pass auf. Dann mache ich folgendes. Wir machen erstmal die Straßen hier weg. Wir müssen in Blauberg ein bisschen, ich sage jetzt mal, modernisieren trifft es am ehesten. Ja. Ja, müssen wir für Rubel machen. Das schlägt ganz schlimm auf die Bilanz von Blauberg. Aber da nicht. Kriege ich das so hin? Ein bisschen aufschütten ist ja in Ordnung. Aber so halt ist übelst hoch. Aber das, warte mal, das soll doch gar nicht so sein. Wir müssen hier mal ein bisschen Straßen entfernen, fürchte ich. Weil das ist alles ein bisschen arg eskaliert. Weil das ist hier auch alles Unsinn. Aber das kann alles die neue, das Bauamt von Parzenberg erledigen. Weil das ist viel zu hoch alles gebaut. Kannst ja ein bisschen anheben. Boah, das geht aber auch ordentlich ins Gelde. Huh, Lick! Gut, alles klar. Das ist doch nicht okay. Wir können das ja auch versuchen, hier noch anzugleichen. Boah, das Blauberg wird auch, ist auch so eine Baustelle, ne? Vor allem, wenn du hier kein Bauamt hast. Guck mal. Wieder mit Parzenberg. Ja, ne? Die Menschen in Blauberg sehnen sich halt auch nach ein bisschen Partizipation. Die wollen natürlich auch mitentscheiden. Was ja auch völlig verständlich ist. Ja. Wünschen sich hier ja auch einfach ein bisschen, ein bisschen vom großen Glanze Zwergistans. Das ist natürlich wichtig. Warte kurz, wir müssen das glätten. Damit das ein bisschen besser wird. Dann kriege ich auch dieses Teil hin. So, Nummer 1 ist geschafft. Gut, hier müssen wir auch noch ein bisschen planieren. Vielleicht hilft das schon. Oh, das wollte ich gar nicht für Rubel bauen, ne? Aha. Ich bin froh, wenn wir irgendwann alles einfach mit unserem eigenen Kapital machen können. Oh, das ist einfach unfassbar dämlich. Wir müssten hier viel, viel mehr planieren. Ja, pass auf. Aber wir können hier nicht noch ein Bauamt hinbauen. Das wird zu teuer. Wer sollte das bezahlen? Ja, genau. Oder eine Stromleitung auch. So. Jetzt pass auf, wir machen jetzt mal folgendes. Gut, wir bauen das jetzt mal so. Auch wenn das jetzt schon gebaut ist. Ich hätte es auch aus Parzenberg bauen lassen. Den Rest setzen wir aber um. Der wird dann tatsächlich, ähm, zumindest angefangen. Das geht nämlich jetzt hier. Wir müssen natürlich die Wege noch verbinden, weil sonst zumindest mit Fußgängerwegen Bürger umziehen lassen. Keine einkaufen. Mehr kriegen wir hier nicht hin. Zwei Gebäude. Jetzt bauen wir im besten Falle natürlich auch Wohn- Ähm, Anbindungen hier. So. Krieg ich das noch weg? Jo. So. Gut. Wir brauchen aber die Anbindung hier oben, von oben nach unten tatsächlich. Die brauchen wir schon. So, damit die Leute hier auch nach oben kommen können. So. Von hier oben, beziehungsweise von hier hinten, kriege ich das auch vielleicht so hin, dass ich hier unten noch rauskomme. Genau, dann können die nämlich auch hier rüber laufen und schnell sich versorgen. Das wäre wichtig. So. Dann haben wir den Anschluss auch gelegt. Und den Anschluss auch. Gut, dann haben wir das erledigt. Puh, okay. Und dann brauchen wir den Anschluss, aber trotz alledem. Aber das wird jetzt natürlich eine tricky Nummer, ne? So. Ich hoffe, dann versorgen die hier das Heizkraftwerk. Okay. Jetzt können wir, jetzt kann ich dieses neue Ding mal ausprobieren. Hier, Assign-Tool. Pass auf, jetzt wähle ich das hier aus. Das ist das Construction Office 1. Ah, okay. Da sieht man auch, was es hat. Gut. Du bist in St. Louis. Und? olut. Untertitelung des ZDF, 2020